So, liebe Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy VII, dem Remake. Ja, okay, wir helfen dir, Mann. Randalierende Waffensysteme, neue Sidequests. Gut, dann gehen wir mal. Wir werden alle Sidequests hier mitnehmen. Eine Sidequest hatte ich ja im vorigen Kapitel ausgelassen, weil da geht es darum, Katzen zu suchen und das ist super lästig, finde ich. Die ist nicht schwer, aber auch mit den Kids, diese Suchmissionen, naja. So, die eine Mission bei Chetly hatte ich abgegeben, den Kampfbericht. Jetzt fehlt nur noch, gegen Shiva zu kämpfen. Das machen wir noch, sobald ich meine Glutmateria... Ähm, Quatsch. Das ist... Bis ich die Glutmateria auf dem nächsten Level habe, das dauert noch ein bisschen. Und dann mit Feuger können wir ihr ordentlich Schaden reinzwiebeln. Und ich habe jetzt eine neue Waffe ausgerüstet, die Dargelkeule. Die werden wir natürlich auch leveln. Ich bin gerade am überlegen, ob ich Aerith auch noch eine... Feuermateria gebe. Heilen ist noch nicht so weit. Brost lassen wir mal drin. Dann, Gewitter. Materia entfernen. Haben wir noch eine Glutmateria? Ja, die ist bei Tiefe halt. Dann geben wir jetzt einmal Aerith, weil die ist schon in Stufe 2. Ich frage mich gerade, ob Aerith noch genug Waffenpunkte hat, dass ich ihre... Waffen noch verbessern kann. Nee. Okay, aber vielleicht später dann. So, Störung. Und er wechselt dann von... Er wechselt in dem Fall dann von der Offensiv... Von der Standardhaltung in die Offensivhaltung. So, wo ist er denn hin? Da lang. Los geht's. Ich mach's. So, wenn sie nämlich Schaden blocken, heißt es, sie haben... ...oder eine Anfälligkeit gegen Magie. Achso, ich hab Analyse gar nicht ausgerüstet. Das ist natürlich relativ doof, aber... ...nicht schlimm. Brenner! Nichts überstürzen. Seh'n dich jetzt drin? Ja, komm! Ja, komm! Brenn! Nicht übernehmen! Verdammt! Oh! Kapp! Überlass das mir! Lachen! Ist heiß heiß heiß! Kannst du übernehmen! Kannst du übernehmen! Baracke! Er ist so schnell! Komm nicht ran! Jetzt zeig ich euch, was ich kann! Das wird doch... Arbeiten wir im Team! Ich übernehmen! Nur kein Übermut! Puh! Das hat geklappt! Joa... Warte mal... Da würde ich die... Ja... Ich will doch nicht... Ich möchte gerne die Analysematerie doch mitnehmen. Dann nehme ich mal den DP-Boost kurz raus. Äh... Analyse. Wird dafür die ganzen Sachen von Chadley später wichtig. Weil ich glaube, hier kommen noch welche. Zwei sind noch übrig. Auf dem richtigen Weg. Ja... Ja... Eine Moki-Medaille! Nice! Ja... Hä? Ich bin falsch! Oh nein! Noch mal zurück, oder wie? Scheint fast so... Ja... 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 Hast du doch hier unten, oder was? Ja... 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 Aber da geht es ja hier irgendwie... wieder zurück. Muss jetzt ja nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Das macht ja gar keinen Sinn. Und dann laufe ich halt noch mal den Weg zurück. Und dann laufe ich halt noch mal den Weg zurück. Vielleicht hier hoch? Nee, hier sind sie nicht. Nee, hier sind sie nicht. Ja... Und jetzt sind wir ja wieder hier. Also gleich am Anfang... wo wir hergekommen sind vor der Abzweigung. Ah, da sind sie. Vor! Wir schlagen zu und durch! Auf nur was ich! Die Barriere... die ihn vor physischen Attackenschiffs lässt sich mit Magieattacken brechen. Und das Ganze natürlich auch umgekehrt. Ja... Verschwende! Nicht übertreibend! Ich lege los! Wechsel! Nichts überstürzt! Bin ich jetzt drin? Na gut! Los! Na? Triffst du von dort besser? Zieh ich zurück! Zuck! Ich bin bereit! Das läuft nach rechts! Überlass das mir! Kass! Hey! Das wäre nun geschafft. Da bist du ja! Ich hab schon von deiner Heldentat gehört! Shinra-Roboter, die sich in die Slums fähren... Daran kann nur die Explosion im Makro-Reaktor schuld sein. Die dachten bestimmt, sie patrouillieren noch im Reaktor und haben mich daher als Eindringling identifiziert. Gut möglich. Fast tun sie mir leid. Konnten nur tun, wozu sie programmiert wurden. Aber hey! Was erwarte ich auch von Shinra? Deren Gardisten sind ja nicht anders. Das weißt du schon! Na jedenfalls wäre der Fall damit gelöst, oder? Und wenn sie wieder ein Problem haben, wissen sie ja jetzt, an wen sie sich wenden können? Äh, natürlich. Es war wirklich ein Glück, dass ich euch begegnet bin. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank für eure Hilfe. Hey, kann ich dich vielleicht um noch einen Gefallen bitten? Vor dem Waffenladen sitzt ein älterer Herr, der ziemlich geknickt aussieht. Mach ich gerne. Schutzstiefel haben wir gekriegt. Die Leute verlassen sich auf uns. Was? Scheint so. Und du scheinst Spaß zu haben. Schon. Dann zeig das doch auch mal. Als Alleskönner arbeitest du immerhin in der Dienstleistungsbranche. Das überlasse ich lieber dir. Von mir aus gerne. Aber ich bin nicht immer da, weißt du. Natürlich. Tut mir leid. Aber meine Gesellschaft ist auch nicht günstig. Dazu sage ich mal nichts. Oh, dich kenn ich doch. Du bist also der, den sie den Alleskönner nennen. Weißt du, heute ist der Todestag meiner Frau und ich würde gerne ihr Grab besuchen. Aber auf dem Friedhof haben sich grausige Bestien eingenistet. Könntest du... Könntest du vielleicht an meiner Stelle zum Grab meiner Frau gehen und beten? Das wird nicht billig. Danke dir, mein Junge. Der Friedhof liegt hinter dem Fluss. Ich habe aber gehört, dass das Tor verschlossen worden sein soll. Damit sich kein nichtsahnender Mensch dort hinein verehrt, heißt es. Sag mal, haben wir bei Moggi nicht einen Friedhofsschlüssel getauscht? Ja, das haben wir. Waffe? Du hast doch keine Waffen. Gut, dann gehen wir mal zum Friedhof. Oh, falsche Richtung. Was hast du mit Aeris zu schaffen? Ne, das ist die... Das ist nicht die richtige Quest. War doch richtig. In Fehl können wir dann die Aufgaben priorisieren, die wir halt machen wollen. Und das ganze Zeug. Ja, bitte? Ja, bitte? Nein, danke. Freut nicht. Blonk. Hier liegt überall Schrott rum. Ein Panzer. Wahnsinn. Was die alles abladen. So, hier ist der Friedhof. Da sind wir schon Gegner. Vorwärts. Absolut. Kein Problem. Verlecke. Jetzt liegt es an dir. Komm schon. Oh... Oh, geh! Kurz und schmerzlos. Kann mich jemand ablösen? Was geht jetzt jetzt? Ich bin bereit. Was? Verschwende. Neuer Plan. Mir wird schon was einfallen. Los geht's! Ja, gleich vorbei! Lass dich bleiben! Lass dich bleiben! Fange uns mit deiner heilenden Kraft! So! Wirksames Eis! Keine faktischen Informationen verfügbar! Übernehmen du! Da muss ich auf durch! Hier ist es! Magst du nicht auch ein Gebet sagen, Cloud? Brauch ich nicht! Wir sollten zurück und Bericht erstatten! Ich stehe wieder in deiner Schuld! Hier! Deine Belohnung! Diesem Herrn hier habe ich viel zu verdanken! Na, und dir mittlerweile wohl auch! Also hier, das ist für dich! Nun nimm schon! Wir haben das Grab deiner Frau gepflegt und für sie gebetet! Ah! Danke dir, mein Kind! Dank euch kann ich wieder ruhig schlafen! Oh! Ich hatte sogar schon überlegt, das Grab meiner Frau gar nicht mehr zu besuchen! Mit meinen schwachen Beinen wird das nichts mehr! Das habe ich mir immer wieder gedacht! Nur noch ein allerletztes Mal entschied ich! Und genau in diesem Augenblick seid ihr auf einmal vor mir aufgetaucht! Allein schaffe ich's nicht mehr! Meine Frau hätte Verständnis dafür! Oh! Der Friedhofsschlüssel! Bring ihn, Moggi, zurück! Aber ich kann doch nicht! Warum bringst du ihn nicht zurück? Außerdem schuldet ihr mir 5000 Geld! 5000? Geld! 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 Immer nur Geld! Ich verstehe ja schon! Deine Hilfe brauche ich nicht mehr! Den Schlüssel bringe ich selbst zurück! Ach, was für eine Schande! Das ist die Welt, die Shinra uns eingebrockt hat! Ich glaube, das ist ein richtiger Raffzahn! Der Gottesknecht des Mammons! Aber eigentlich könnt ihr Kinder ja auch nichts dafür in dieser Welt! Ich darf noch nicht aufgeben! Das war wirklich daneben von dir! Allerdings, ich muss zugeben, dass ihn das angespart hat! Ich hab gehört, dass du ganz schön was drauf hast! Der will noch keine Waffen! Komm mal wieder! Also ich glaube, dass man bei ihm später Waffen kaufen kann, aber... Zu 100% sicher bin ich mir da grad auch nicht mehr! Na gut! Nächstes Sidequest! Ein verifizierter Held! Dann fehlt noch eine! Es soll wohl wieder Krieg geben! Ah! Es soll einen geben, der allen hilft, die in der Kleppe stecken! Wir konnten eine ganze Weile nicht mehr Kistenkrieg spielen! Aber jetzt geht es wieder los! Das verdanken wir dir! Übrigens, vor dem Bürgerhaus sitzt ein alter Mann, der traurig aussieht! Er sagt, er sucht einen Alleskönner! Und schon wurde dir der nächste... ...Zergist getriggert! Der Engel der Slums! Umgeschaut, Kupo! Was hast du Neues im Angebot? Nichts! Und wir haben nicht genug Medaillen! Und schon etwas glücklich, Herr Kupo? Hm, geht so! Uh! Was? Hey, Cloud! Du kommst gerade richtig! Wir spielen nämlich Kistenkrieg! Wer die meisten Kisten zerstören kann, wird zum Helden unseres Geheimverstecks gekürt! Eigentlich dürfen ja nur Kinder mitspielen! Aber dich lassen wir ausnahmsweise mitmachen! Ach, schade! Ich wollte doch sehen, wie... Jaja, machen wir gleich! Ich muss noch etwas umrüsten! Willst du Kistenkrieg spielen? Ja! Beim ersten, äh, als Trostpreis bekommen wir immer eine Muckre-Medaille. Das heißt, hier können wir auch zum Beispiel Muckre-Medaillen farmen, wenn wir das, äh, vorhaben sollten, beziehungsweise möchten. Das mache ich gleich offscreen, damit wir uns noch die anderen, äh, Sachen leisten können. Und als ersten Preis gibt es ein Elixier. Mondsicheltalsmann und magisches Zahnrad. Dann wollen wir mal. Grundregeln Grundregeln 총 zu kisten. Nichts Wissen 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 Garakke! Mein Einsatz. Es ist vorbei! Es gibt auch so Kisten mit einer Uhr drauf, die geben uns etwas mehr Zeit. Los geht's! Das war's dann! Nimm das! Nimm das! Es gibt nämlich einen Trick, den hab ich mir dann mal angeschaut. Am besten ist es die Kisten zu zerstören. Mit den meisten Punkten, also die 1500er und die sind dann sehr stabil. Aber so kriegt man die eigentlich relativ früh kaputt. Ich bin bereit. Mein Einsatz. Garakke! Das war's dann! Die höchste Punktzahl, glaube ich, reizt nicht mehr. Los! Wow! So ein Ergebnis hab ich noch nie gesehen! Das hat Spaß gemacht, oder? Komm bald wieder! So, da haben wir schon zwei Sachen bekommen. Eine Mucke-Medaille und noch ein anderes Item. Was fehlt denn noch? Das magische Zahnrad... Achso, das Elixier haben wir ja bekommen. Das magische Zahnrad, genau, mit 30.000 Punkten. Und Mucke-Medaille gibt's ja immer. Du kannst immer kommen und Kisten-Krieg spielen. Ja, das machen wir noch. Der findet mich nie. Aber zuerst kümmern wir uns nochmal um eine Side-Quest. Und dann haben wir die Side-Quest hier auch in den Slams von Sektor 5 erledigt und können uns dann mit der Hauptstory weiter beschäftigen. Und in der nächsten Folge werden wir auch unter anderem dann versuchen, gegen Shiva zu kämpfen. Wenn das nicht klappt, müssen wir das später versuchen. Wuff, wuff! Wuff, wuff! Ähm, darf ich kurz um Verzeihung bitten? Du bist nicht ganz zufällig dieser Alleskönner, oder? Doch. Mein Name ist Damon. Ich bin Reporter beim Blatt des Lebens. Zu euren Diensten! Blatt des Lebens? Das sind doch die, die ständig verleumderische Artikel über die Slums schreiben. Ich muss doch sehr bitten, junge Dame. Wir informieren die Menschen nur über die unschöne Realität in den Slums. Und stellen die Frage, wo soll das hinführen? Wie auch immer, wenn möglich würde ich denn Alleskönner gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Hast du schon mal vom Racheengel der Slums gehört? Dem Meisterdieb, dessen Identität niemand kennt. Er bestiehlt Personen, die mit Shinra in Verbindung stehen, schickt ihnen eine Ankündigung und durchbricht alle Sicherheitsvorkehrungen. Natürlich kennen wir den. Er stiehlt von den Reichen und gibt es den Armen. Er weiß, wie er sich das Wohlgefallen der Leute sichern kann. So viel steht fest. Aber Dieb bleibt Dieb. Er ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Ich habe mich der Enthüllung seiner Identität verschrieben. Das Problem ist nur, dass sich die Slumbewohner in der Sache wenig kooperativ zeigen. Seit sich herumgesprochen hat, dass ich Reporter bin, will sowieso niemand mehr mit mir reden. Und da kommst du ins Spiel. Ich möchte dich darum bitten, Informationen für mich zu sammeln. Informationen über den Racheengel der Slums? Okay. Gucken wir nochmal. Was heißt Bürgerversammlung? Ein Haufen alter Leute wie ich. Ach du meine Güte. Was meinst du? Na, den Racheengel natürlich. Jeder kennt ihn. Aber niemand weiß, wer er wirklich ist. Vor seinen Raubzügen schickt er immer eine Ankündigung raus. Und doch wurde er noch nie erwischt. Wie macht er das nur? Ich habe gehört, dass er Magie einsetzt. Eine Hexe soll dieser Racheengel sein. Ich habe gehört, dass er ein Ungeheuer sein soll. Da wäre mir eine Hexe noch lieber. Wenn ich dir erzähle, was ich noch weiß, pilzt du aus den Socken. Also die deutsche Übersetzung ist jetzt nicht immer so das Wahre vom Ei. Oh, guten Tag, Mireille. Schön, dich zu sehen, Aerys. Hab schon gehört, dass du in Begleitung eines interessanten Herrn bist. Cloud, das hier ist Mireille. Sie weiß alles, was man über das Viertel wissen kann. Und das hier ist Cloud. Er ist Ex-Soldat und unglaublich stark. Er könnte nützlich sein. Ich habe schon von dir gehört, Alleskönner. Die Kinder des Helmchenhofs sehen zu dir auf. Und jetzt bist du im Auftrag vom Blatt des Lebens unterwegs und suchst den Racheengel der Slums, nicht? Das stimmt. Ich liebe Gerüchte, musst du wissen. Was ich hingegen nicht liebe, sind aufdringliche Handlanger Shinras. Der Reporter und seine Story sind mir ziemlich egal. Ich will mehr über den Racheengel der Slums wissen. Das ist alles. Na, sieh mal einer an. Da ist wohl noch jemand dem Charme des Racheengels verfallen. Das passt gerade recht. Ich habe nämlich neue Informationen. Die muss ich mir aber noch bestätigen lassen. So lange musst du den Reporter vertrösten. Was geht nur in den Köpfen dieser Avalanche-Sträuche vor? Du hast den Himmel gesehen? Ich habe gehört, dass ich immer... Und? Hast du was für mich? Kennst du Mireille? Sie hat gesagt, sie würde uns mit Informationen versorgen. Mireille? Die kennt doch jeder! Ich habe auch versucht, sie zu bearbeiten. Leider ohne Erfolg. Wie seid ihr bloß an sie rangekommen? Tja, hatte wohl gerade gute Laune. Können Sie schon etwas zu der Information sagen? Handelt es sich um einen Augenzeugenbericht? Oder wurden irgendwelche Spuren gefunden, die... Nein, nein. Wir wissen, wo sein Versteck ist. Sein Versteck? Das wird ein Knöller! Wo befindet es sich? Auf einer Anhöhe am Ende einer gewissen Nebenstraße. Ein gottverlassener Ort. Eine Anhöhe an einer Nebenstraße. Ich breche sofort auf! Aber mir ist noch etwas anderes zu Ohren gekommen. In letzter Zeit sollen auf dieser Anhöhe auch Bestien gesichtet worden sein. Wie bitte? Das sollen ganz schöne Brocken sein. Wild und angriffslustig. Mein vollen Respekt, dass du dich dahin traust. Ähm... Diese Information muss ich mir erst noch von einer verlässlichen Quelle bestätigen lassen. Meine Pflicht als Journalist. Sie verstehen doch sicher. Da hast du ja Glück. Den passenden Mann für die Aufgabe hast du schließlich schon. Nicht wahr? Aber natürlich! Ich brauche noch mal Söldner Unterstützung. Würdest du die Anhöhe für mich auskundschaften? Natürlich machen wir das, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Final Fantasy 7, dem Remake. Wenn ihr noch was zu diesem Spiel oder zu mir sagen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wieder einschalten bei Final Fantasy 7, dem Remake. Bis dann! Bis dann! Bis dann!